Dein Oxt sagt, schlaf nicht zu wenig. Das Frühstückfernsehen sagt, schlaf nicht zu viel. Das ist richtig! Der Foodblogger sagt, isst kein Fleisch. Der Fitnesstrainer sagt, ernähr dich nicht vegan. Meine Frau sagt, arbeite nicht zu viel. Danny! Dein Sohn sagt, du kannst ruhig länger im Büro bleiben. Der Life-Coach sagt, vergiss dein Alter. Die Familie sagt, dafür bist du zu alt. Die Leute sagen, sei nicht immer so hart. Die Leute sagen auch, sei bloß nicht zu weich. Der Podcast sagt, arbeite an deiner Karriere. Der Vorstand sagt, aber sie sind doch Mutter. Von Zwillingen. Wer winn sagt. Accept No Roof. Das neue T-Roc Cabriolet. Das neue T-Roc Cabriolet. Dein Sohn sagt, unterschieden Sie keine Sauerkennung. Und das neue T-Roc Cabriolet. Das neue T-Roc Cabriolet. Vielen Dank.